Hallo und herzlich willkommen bei uns in St. Ulrich, du bist Dritter in deiner Kategorie. Wie fühlst du dich? Bist du zufrieden mit dir? Ja, also ich bin sehr zufrieden. Ich wollte eigentlich unter die ersten sieben laufen heute, da es letzte Woche nicht so gelaufen ist, wie ich es gerne gehabt hätte. Und ja, mit dem Stocker bin ich absolut zufrieden. Wir haben es vorhin schon von Theresa Stadlhuber gehört. Die Strecke heute in schwierigen Bedingungen durch den Neuschnee. Wie ist es dir gegangen? Ja, also wir haben ja den Aufraus-Ski genommen und die erste Runde war noch sehr gut. Aber es hat dann aufgehört zum Schneien und da wurde es etwas glatt und etwas spitz der Ski. Aber ich denke, so ist es eben gegangen und von dem her waren es faire Bedingungen. Okay, wie gefällt es dir allgemein bei uns in St. Ulrich? Ja, also in St. Ulrich habe ich eigentlich nur Positives erlebt, da ich hier meine erste Medaille bei den österreichischen Meisterschaften gewonnen habe. Und ja, ich komme immer wieder gerne hierher. Das ist ja, ich komme immer wieder hierher. Ja, also in St. Ulrich habe ich hierher. Deswegen bin ich auch immer wieder mit